Ich habe tatsächlich ein Blind Date. Also ich will mich jetzt auch nicht mit dir streiten oder sowas. Ich meine, das ist immerhin unser erstes Date. Du machst jetzt einfach Backflips. Ich bin mal gespannt, was sie vielleicht für Hobbys hat. Ich streiche gerne Wände. Möchtest du mein Freund sein? Okay, jetzt wollen wir erstmal vielleicht das Pferd im Stall lassen oder wie das heißt. Felix? Das komplette Video seht ihr in den Kommentaren.